Mit der Leiterschulung haben wir in den letzten anderthalb Jahren Leiter und Leiterinnen ausgebildet, mit dem Ziel, starke und wachsende Gemeinden in der Jesus Freaks Bewegung zu haben. Wir haben in den anderthalb Jahren festgestellt, dass wir jedoch eine Jüngerschaftsschule brauchen bei den Jesus Freaks. Es sind Menschen, wo wir merken, da haben wir Lust, da rein zu investieren, dass sie in ihre Berufung und ihre Befähigung kommen. Das Ganze wollen wir Hardcore School nennen, wie Herz geschrieben. Und da sollen im Zwei-Jahres-Modul Berufung und Befähigung rumkommen. Neben dieser Jüngerschaftsschule, der Hardcore School, der Leiterschulung, wollen wir noch für die Leute, die jetzt die zwei Jahre bald rum haben, eine Spezialisierung anbieten, nämlich Teamentwicklung. Wir merken, dass fähige Teams zu bauen und selber ein Teil davon sind, ein ganz zentraler Kern im Gemeindebau ist. Mit diesen drei Modulen wollen wir ab April 2014 starten. Das Ziel ist, von jetzt über 50 Leuten dann um die 150 Leute in zwei Jahren bei den Jesus Freaks auszubilden. Zusätzlich zu diesen drei Modulen möchten wir einen Wert in der Bewegung implementieren, nämlich den Wert von Partner von Leiterschaft. Es ist unser Wunsch, dass die Partner nicht einfach nur zu Hause irgendwie mit den Kids sind und dort den Rücken frei halten, sondern dass sie mit teilnehmen können, ein extra Angebot bekommen und qualitativ genauso mit irgendwie in Gemeindebau eingebunden werden, in ihrer speziellen Form als Partner oder Partnerin von Leitern. Dazu müssen wir Geld sammeln. Unser Ziel ist es, 26.600 Euro zu sammeln in den nächsten zwei Jahren. Als Dankeschön bekommst du nicht nur irgendwie die Freude daran, mit in die Investition der Ausbildung bei den Jesus Freaks zu investieren, sondern wir haben verschiedene kleine Benefits für dich. Die findest du dann unter den Neuigkeiten. Das ist zum Beispiel die Volksbibel als Hörbuch, die du dir als Downloadlink bekommst. Die Seminare der Leiterschulung kannst du als Video und Audio bekommen. Du kannst, wenn du 500 Euro spendest zum Beispiel, kriegst du ein Freaksock-Ticket und die beiden anderen Sachen noch dazu. Oder für Großspender, denen geben wir einen direkten Einblick hinter die Kulissen der Leiterschulung, in dem wir uns gemeinsam als Gerd, Hans und ich mit dir treffen. Hilf uns, in der Bewegung Ausbildung auf eine neue Ebene zu heben. Hilf uns, dass wir starke und wachsende Gemeinden bauen können. Hilf uns, dass Menschen berufen und befähigt werden. Hilf uns und unterstütze mit der Ausbildung bei Jesus Freaks. Hilf uns, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Marie-Marie-Anne